Lisa, was muss man tun, um Landfrau zu werden? Also Landfrau kann grundsätzlich jeder bei uns werden, egal welchen Alters. Wir haben von unter 20 bis über 90 alles dabei. Die Hauptsache ist, man möchte in seinem Ort, im ländlichen Raum etwas bewegen oder sich sozial engagieren und hat auch ein bisschen Interesse an Tradition und Handarbeit. Und ja, wir haben auch eine Landmännergruppe, also das ist auch, auch Männer dürfen mitmachen.